Der Baum, was produzieren die Baum? Produzieren? Rinde. Rinde. Produzieren? Oxygen. Frische Luft. Und die Leute produzieren die? Carbon-Dial? Hochzeit. Und die Salz mit Carbon. Es gibt auch Carbon. Salz und Carbon ist Carbon. Carbonet. Chemistry haben ja so man gesagt. Carbonet. Ja, Carbonet. Carbonet macht das immer die... Carbon. Was ist Carbon? Carbon ist etwas sehr dunkel, sehr schwarz. Salz, Oxygen. Ja, im Wasser gibt es Hydrogen und Oxygen. Ist das okay? Oxygen und Hydrogen gibt es auch Carbon. Carbon und das ist Oxygen. Die Bäume produzieren Oxygen. Und Carbon. Das macht das Carbonet. So, dann produzieren diese schwarze Bäume. Okay. So, die Samen fällt um und da kommt immer neue. So, das ist neue Pflanze. Das ist gut für dieses Gebiet. Es gibt noch mehr Strecke, ja? Das geht gut. Beautiful Island. The eastern side of Africa. The sound of the cow hydrant. Founded from a distant Tanzania. Und von ziehen auf den Boden invert dem Schnee. pool ведer den Windleading. The Corrects Jay Mitarbeiter. Chanel Americans vert sowas. Aus 2000 TVs. Maun Zwerp. Wie es hilft, wie es hilft, wie es hilft Soon andо hoゴä这里. Das heißt, sie sind mit den langen Legen, das heißt Magundi. Und es gibt noch andere Spezies, das sind die Lichten, die Lichten und Farbe, die sogenannten Mikanda, oder Serostagel. Aber es gibt auch die andere Spezies, die mangrohe, die in diesem bestimmten Umfeld produzieren. Und sie produzieren eine Art von Seed, die sogenannten Vivifera. Das bedeutet, dass die Seed immer germiniert, was sie immer noch an den Paren, bevor sie verbrechen. Und sie werden ein bisschen verbrechen in eine Art von Dut. Du kennst das Dut? Dut. Habt ihr schon mal diese Art von Dut? Dut. 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 aus dem Wasser. Und die mangrove kann es wie ein Polen für bauten. Wie sie in der Saltwater grünen, sieht man aus wie ein Natur, mangroves nicht. Und deswegen finden Sie alle termites aus. Sie können diese bauten für bauten, auch für sieben. Aber es ist wert, dass es in der Lage ist, denn es unterstützt das Leben. Aber es hilft uns sehr viel in den Kosten der Erosion. Wenn du das erklärtest, ist es, dass du das Wasser in der Höhe zu verlassen und dann wird das Wasser weggebracht werden. Es ist sehr wichtig, dass du das hier konzentriert. Ja. Any questions so far? Das Wasser ist ja... Okay, so let's... Do you have something to ask? Ah, no, I don't. Okay. First of all, I should like to thank God who enabled me and you to be here at this moment. Secondly, my beloved teachers who taught me this kind of language until in this time, without forgetting my fellow students, ladies and gentlemen, everybody hello. Amen. First of all, let me thank our who enabled us to be here at this time, because without him we could not be here. And secondly, let me thank my dear teachers who gave us a chance to be here in front of you. Please be upon you. Upon you too. I'm known as Mbaraka. Thank you. My name is Zakir. We're here to present about... Our diary. Poim is about our diary. No one sees our diary. I keep it to myself. I wrap it in a sweater on my lowest bedroom shelf. I try to write correctly. Although my room is dark, the question that I'm asking ends in a question mark. I tell my diary what I have done and all the dreams I have had. The price I have won for being good and the blame for being bad. First of all, begin my sentence. I think that way is better. And when I want to close them down, I use a capital letter. Thank you. Hello dear viewers. Hello. I am Yamila Ramadhan Saib, one among the students in ZOE. Frankly speaking, most of people don't know what ZOE is. But that's not a shame since ZOE is not so popular. By the way, let me give you a short description about ZOE. The word ZOE stands for Zanzibar Opportunity Institute, which was established under the great effort of our director, Mr. Cassin Sleman Ushanga. And by that time, there were only 32 students and 3 teachers. And now, gradually, the number of students began increasing. Now there are about 120 students and 12 teachers. ZOE has got talented, experienced and competent teachers who use many ways in teaching, like discussions, debates, study tools and other methodologies. So as to make the students to be more capable and good.